Yo Leute, was geht zu einem neuen Video? Heute zocken wir mal mit unserem Kumpel Heute zocken wir Bad Wars Öffentlich würde ich sagen Oder was wollen wir? Das Privat Okay, Privat Bad Wars Privat Machen wir mal Es kommt vielleicht mal eine Folge, da machen wir mal Öffentlich kann auch sein Ich würde sagen, lasst ein Like und ein Abo da Und ich sag mal Wir sehen uns im Bad Wars wieder So, wir sind jetzt hier im Bad Wars Mal gucken, ob ich das kann Ich hab's glaube noch nicht einmal gespielt Weiß es gar nicht Okay, warte Ich hab noch ein bisschen Zeug Da ist ein Ding Ach Alter, ich würde es einfach nicht So, was haben wir hier? Oh, es geht noch gar nicht Ach, warte So Wo geht's hin? Okay Ich baue mich eben hier rüber Äh, da geht's Dings Okay Oha Okay Ich baue mich mal viel Da hinten drüben, aber ich kommt Oha Oha Vollstein Aber ich hab auch voll viel Stein Ach, das kann man hier ja auch abbauen Okay Ach, das ist unendlich Ich muss jetzt hier aufpassen, dass er nicht Also wir haben jetzt die zweite Lager schon Das ist schon mal gut Das ist schon mal hier Ja, hier muss man sich hier auf den Masken kaufen Mhm Ich geh jetzt erstmal zurück wieder So, was machen wir jetzt hier noch so Aber wir ballern den Zug ab, ja 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 So, jetzt geht ja erstmal gucken, was kann man hier noch so erobern Hast du gerade eine Zeit, eine Scheibe zu finden? Was? Hast du mich gerade abgepauert? Nee Ich bin hier gerade hinten die ganze Zeit Oh Hier kann man, man kann auch das Stein generell abbauen Das wusste ich gar nicht Okay, aber bin jetzt auch nicht so viel dafür Da hinten Ich muss aufpassen, dass er nicht zu mir kommt Hier kommen wir jetzt raus Hey, ich krieg dann Gold, ah Oha, Alter, wie schon da ist Wow Wow Ich hab jetzt auch Metall Wow, schon 500 Also ich hab jetzt wieder was erobert Bei mir hab ich jetzt schon drei Stationen Einmal zweimal ähm Zweimal Dings, wie heißt Zweimal ähm Stein und ne einmal Metall Da hinten so Okay Was? Wie bist denn du eigentlich? Weißt du was hinter dein Haus aus? Was? Ach, echt? Was? Ja, was denn hinter mein Haus? Oh, ich bin so dumm Oh, ich bin so dumm Oh, ich bin so dumm Ich geh immer noch mal runter So, ich geh immer noch mal runter So, jetzt brauche ich nur noch Stein voll Oh, ich bin so dumm Oh, ich bin so dumm Oh, ich bin so dumm 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 Oh, warte mal Hast du schon das vierte Level? Das vierte Level? Ja Wird denn das angezeigt? Ja, ich steh da Ja, wo? Ja, in der Seite an seiner Base Also in der Base Upgrade Naja Also Warte, warte Ich muss doch zu meiner Base gehen, ne? Ah ja, stimmt Da ja Base Upgrade Hast du schon vier? Ja, warte Ich muss erstmal upgraden Ich weiß nicht Kann sein Okay Base Upgrade Ja, ne Ich bin grad erst bei Level 2 Level 3 Ah, okay Jetzt brauche ich dann erstmal Gold Das gute alte Gold Ich brauche noch Gold Ich bin Level 3 Oh, okay Ja Ja, ich bin gleich Das hier Man braucht doch Gold, ne? Äh Ja, wie kriegt man aber Gold? Frag ich mich Ach, hier? Ja Oha, Alter Ich kann gleich wieder, ja? Ja Ich kann gleich wieder, ja? Ja Eure 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 Metall So Jetzt gemacht erstmal Upgraden Aber hab ich einfach noch, ähm, Dings Ich bin Level 4 Ich bin Level 4 Klein Ich bin dann Value 4 Eure 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 ich habe jetzt einfach hier ding ich habe jetzt wie heißt kann man sich auch irgendwo hier munition kaufen ich habe jetzt dings auch ich habe jetzt auch mehrere waffen ja ich bin schon lange level 4 ja das video läuft ja oder du sagst gar nichts ich könnte mir glaube ich einen sniper holen die leute jetzt mal ich hab dir schon mal bett was gezockt ja das leichter ich habe noch das erste mal dass ich jetzt bett was gespielt habe ja 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 geile holz holz brauchen wir sowieso nicht wer holz braucht ist dumm jetzt haben wir ja viel ja okay wir haben ja hier noch unsere dinge von 20 zoll da bist du bist du bist du bist denn du alle ach da oben ich habe die infrarot waffe ich habe infrarot sniper ja keine ahnung warum ich nicht getroffen habe fragt mich auch obwohl auf dich gezielt habe keine ahnung was da war warte nehme ich alles habe ich jemanden hallo hallo ich habe noch einmal mal wird noch einen zweiten Part geben das wollte ich noch mal sagen ich kann mich halt sehen wegen Infrarot ich kann es nicht sehen da habe ich auch noch mal ein bisschen Metall ich habe halt gefühlt alles fast hier eingenommen joha war mir auf einmal so gut ich habe eine Waffe noch einfach gegen die Mannschaften ich gehe erstmal zurück ich muss mich erstmal heilen scheiße ich bin doch das mit nein oh renn 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 ich bin nicht ich bin nicht ich bin nicht ich bin nicht aber ich bin nicht ich bin nicht Okay, ich bin sogar voll. Alles Gute. Wie ist das? Genau, was ist das? Ich verstehe das halt nicht. Ich würde sagen, das reicht erstmal für das Video und Part 2 kommt dann.